so hallo wir machen weiter beim supermario maker letztes mal habe ich gesagt wir gucken zu diesem part ein bisschen musiklevel an deswegen es gibt den part wenn euer musiklevel langweilig findet ich versuche aber natürlich schon musiklevel zu finden die man auch spielen kann also nicht nur anhören außer es ist ein lied was ich unbedingt hören will ja dann ist was anderes das ist nicht spielen das ist nichts zum spielen ich sollte halt wahrscheinlich mal auf expert umstellen na das ist das ding jetzt haben wir das letzte mal schon aber dieses part 2 ist das elias es ist der gleiche bernardo inspired by elias ja ich verstehe tschuldigung dann machen wir mal paar zwei und hoffen dass wir nicht jetzt gleiche haben die wir auch gerade bei bernardo schon hatten dass wir ärgerlich was soll das sonnig sein kenne ich nicht verdammt ok dk kann ich mir also dk hätte ich doch erkennen müssen eigentlich dann kann es doch nur splatoon sein mit nass nament und das war's die sind aber viel zu kurz aber egal das erste musikquiz ist bestimmt was man schon kennt deswegen skippe ich das jetzt mal was ist das time boils der wein da kann man scheinbar sterben sagt mir jetzt nix wir gucken mal rein das ist bestimmt ein turbolied ich kenne es nicht keine ahnung aber es ist doch nichts wo man sterben kann doch hier könnte man rein springen ok ok schlafe ich gleich wieder einig was jetzt alles nochmal durchspielen ah ja 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 hat mich jetzt nicht umgehauen ok wir gehen mal auf die schwierigkeitsstufe anders dann sollte das besser funktionieren zumindest mal normal vielleicht das ding ist halt es wäre so gut wenn man sagen könnte ich hätte gerne normal expert oder super expert dass alle drei möglich sind so müsste man jetzt immer wieder neu durchgehen man müsste jetzt für expert einmal durchgehen von oben man müsste für super expert einmal durchgehen von oben das ist ein bisschen dumm weil wenn ich jetzt normal mache tauchen die expert dinger nicht auf wenn ich expert mache tauchen die normal dinger nicht auf das ist doch blöd exo haben wir schon gespielt scheinbar kupas march ach das level ach warum nicht das level sei schon die musik meine ich das lied das ist ja genial wenn man das vertikal macht wenn man das vertikal macht kann man ein komplettes lied die stage über abspielen lassen ne nix easy soweit kommt es noch das ist ja super genial man und da unten ist ne münze und brauche ich die und krieg ich doch niemals ich glaube nicht dass ich die brauche also die will ich jetzt nicht nein dann spielen wir es einmal in easy aber dann machen wir es ordentlich jetzt brauche ich das alles einfach gar nicht beachten aber wenn ich die roten münzen für schwer brauchen sollte habe ich bei der ersten schon ein problem ok Okay. Oh, Gott. Ah! Ah! Du Spinner. Aber das ist doch jetzt der gleiche Abschnitt nachher, ob man jetzt easy oder nicht easy macht, ne? Hier ist doch nichts anders jetzt. Was ist so gut gemacht, ne? Holy shit ist das gut gemacht. Sick. Richtig sick. Aber wirklich. Oh mein Gott. Weil die Frage ist, brauche ich die roten Münzen, wenn ich den nicht schweren Weg, äh, wenn ich den schweren Weg gehe? Wir probieren es mal aus. Aber wenn es zu schwierig ist, lassen wir es. Aber das ist ja richtig genial. Aber das ist ja richtig genial. Das müssen wir doch hier oben genauso machen. Dafür muss man doch nicht da runterfallen. Also die Designentscheidung kann ich absolut nicht nachvollziehen. Alles andere ist großartig, aber das ist der komisch Designentscheidung. Oh, Junge. Oh, Junge. Nein. Ich weiß halt nicht, ob man es gebraucht, aber ob sie Bonus sind. Es ist so schon schwierig genug, to be honest. Kann ich da nicht einfach so direkt hoch? Warum? Ach, wegen der Musik! Ja, okay, keine fragwürdige Designentscheidung. Verständlich. Wegen der Musik. Natürlich. Natürlich. Es ergibt alles einen Sinn. Gehe heim. Gut. Hatste gemacht sogar. Yo! Lass mich da hoch. Nein! Nein! Okay. Aber ja, die Musik muss neu geladen werden. Das ergibt Sinn. Es ist so gut, Mann. Das muss man erstmal schaffen, das so zu bauen. Es ist genial. Und das ist halt eh schon ein geiles Lied. Und ein geiles Level im Original. Also... Ach Mist. Also das ist... Oh! Es ist... Herrlich. Oh, ich kann mich übrigens nicht bewegen in diesem Fall im Moment. Das ist auch interessant. Ich kann nicht nach links und rechts. Okay. Interessant. Okay. Sehr gut. Wahrscheinlich kann ich es mir hier wirklich leisten zu warten. Ich glaube, ich kann mir das wirklich leisten. Ja, das war jetzt halt dumm. Ja, das war jetzt halt dumm. Das war jetzt halt richtig dumm. Ich glaube, schneller. Ganz ehrlich, schneller sind wir so. Oder? Ich glaube, fast schneller sind wir so. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, jetzt bin ich nicht groß. Was? Ich sehe am Anfang gar keinen Pilz. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, shit. Ja, shit. Ist das auch nochmal eine Vereinfachung, dass man einen Pilz bekommt, wenn man... Okay. Dann müssen wir es ja doch so machen. Den Pilz hätte ich schon ganz gerne. Den habe ich mich schon gewöhnt. Oh, come on. Jo, das ist gerade alles nicht so gut. Ah, die Geisterstelle hier ist fies. Das ist mal. Das ist einiger Mark. Oh, ich sehe auf mich. Das ist einiger Mark. Alles gut. Alles gut. Du bist so aus. Jetzt ist es. Das ist es das. Okay, den Hit nehme ich einfach mit, das ist in Ordnung. So, du machst dich jetzt wieder weg. Brav. Nein! Ah, knapp daneben. Das Glück steigt es relativ langsam. So, dass es nicht den Einschein hat als... Oh, oh, können wir den Pinz jetzt mal behalten? Das wäre ja zu wild. Nein. Schade. Mach dich weg. Ah, es war ein Versuch wert, ne? Okay. Diesmal springen wir richtig. Jetzt brauche ich die, um da rüber zu kommen und mit die hier zu holen. Sehr schön. Jetzt kommt der da hinterher. Mach dich weg, um Himmels Willen. Hilfe, nein. Nein! Das, genau das trifft mich. Genau das trifft mich. Nein! Oh mein Gott, wie unfair. Ich habe es doch sogar gesehen. Aha. So fies. Einfach so fies, ey. Nein! Ach, Mann. Ich komme hier nicht ohne... Ich komme hier nicht ohne Gegentreffer durch. Das ist doch kacke. Es ist doch kacke. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Das war nicht, was ich wollte. So, mach dich weg und komm mir nicht hinterher. Also das war es ja komplett. Nein! Es hat nicht gereicht. Okay. Ich hasse diese Stelle. Ich komme hier nie vernünftig durch. Gibt es doch nicht. Nein! Ich komme mir den Ranken nicht klar. Wieso hat er jetzt losgelassen? Hä? Das wäre ja komplett dumm. Das heißt, ich muss erst springen und dann eine Richtung drücken. Das ist super. Jetzt kann ich schon vergessen. Oh, yeah. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. nicht treffen ich komme hier nicht ohne das war nicht was ich wollte es war noch alles gut dann nicht mehr dann war gar nicht mehr alles gut scheiße jetzt komme ich wieder nicht durch dieses level ist schwer aber echt ein meisterwerk also muss man sagen alleine auch die option dass man sie durchgehen kann es ist so großartig shit ich bin dumm ja ja Oh boy. Oh nein, der schießt da durch. Das könnte mich alles gleich treffen. So. 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 Okay, wir warten. Wir warten eine Runde. Missen wir sicherer. Ey, wenn der mich jetzt wieder getroffen hätte, na? Das wäre es jetzt wieder an der Stelle dann gewesen. So, das kommt jetzt. Du nicht. Oha. Oha. Es wäre halt so gut, wenn wir den Pilz behalten könnten. Aber an der Stelle ist einfach viel zu viel los, dass ich da irgendwas tun kann. Jetzt geht halt der Kreis so ineinander und dann... Ah, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Ich... 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 Dir den Pilz einfach safe. Das ist... Ich kann es nicht verhindern. Nee, ich habe mich nicht festgehalten. Ah, das war meine Schuld. Scheiße. Ah, Mann, ey. Nee. Aber an Wendy dann noch vorbei mit den Ringen da oben, wenn man nur noch... wenn man nicht mehr groß ist, ist es auch... Boah. Ich weiß noch nicht, wie das alles funktionieren soll. Aber wir werden sehen. Nein. Das ist zu bald. Es war viel zu bald. Ja. Ah. Gibt es doch nicht. Ich werde jetzt mal auf die roten Münzen verzichten. Dann kann ich nämlich folgendes tun. Das war nicht so gut. Dann können wir zumindest mal den Rest sehen. Ah, hier geht es nicht hoch. Okay. Also muss man hier hoch. Also muss man in die Röhre. Aber das ist doch jetzt das gleiche wie vorhin. Das ist doch jetzt exakt das gleiche wie vorhin. Was ist denn dann jetzt anders, wenn man die Münzen mitnimmt? Also das verstehe ich nicht. Es gibt halt einfach gar keinen anderen Weg. Welche Hit ist so eine Tür? Ja, das sehe ich auch, aber ich komme da gar nicht hin. Was bringt jetzt die Schlüsselmünzen? Nein, I don't get it. Aber das Level ist großartig. Okay. FNAF-Song muss jetzt nicht sein. Haben wir schon mal gespielt. Ich hoffe es ist gut gemacht. Oha. Wahrscheinlich. Das ist ein bisschen schnell, ne? Ja, das ist ein bisschen schnell. Ja, ich war unkonzentriert, aber das ermüdet mich. Das ermüdet mich. Nichts für mich. Okay. Selda Wind Waker Icy Speed One. Nein, Java. Ich will dich nicht updaten. Lass mich hinruhen. Ja, ich verstehe überhaupt nichts. Ich habe gar nichts verstanden. Es hat zwar irgendwie funktioniert, aber irgendwie auch nicht. nicht da gut. Nehmt das! Ja, ich verstehe überhaupt nichts. PKk. Letizu, Jat gut. ach so wie sagt er vor nichts gemacht das war einfach das ende wieso hat der freund nichts gemacht habe ich nicht richtig getriggert wahrscheinlich ein bisschen leise war die musik da hätte man andere musik wirklich wählen können das haben wir jetzt nicht so nicht was ich expected habe das level war okay aber irgendwie ein schöner anime song oder sowas das könnte das hier sein das heißt auch jetzt wieder weil man so durchgescrollt ist hat es sozusagen geht es dann ist das lied komplett geladen ich habe das nicht ich habe das nicht realisiert okay das sollte man nicht tun ach das war der anfang wo ich gerade runter gesegelt bin okay ja aber dumm toll hier geht es weiter ach so oder auch nicht hä okay da habe ich ja genau rechtzeitig das ding losgelassen oh junge muss ich jetzt etwa er muss wieder rein laden deswegen läuft es noch mal komplett ab aber ich habe es verstanden und kann dann damit hier durchs wasser das muss man auch erstmal alles berücksichtigen ich habe ich noch eins ja gut jetzt aber das war die fahrer mein gott warum bin ich dumm was da das war es nicht auch es Nein, stopp! Gottes Willen. Was, nur ein Leben? Oh, shit. Geht das? Ja! Okay, jetzt komme ich wieder an den ran. Yikes! Okay. Hä? Okay. Ähm. Okay. Jo, du bist groß, ne? Äh, das ist nicht so gut jetzt. Yikes! Oh Gott, hier unten ist einfach Boden. Du bist ein bisschen alt groß so, um dich zu kämpfen ordentlich. Okay. Ah, ein Schwert! Okay. So. Okay. Checkpoint. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Okay, das war aber auch ein gutes Level. Deshalb wusste ich, die Suche nach Musikleveln ist großartig. Genau deshalb suche ich nach Musikleveln. Noch irgendwas cooles? Man erkennt es halt am lahmen immer nicht. Na, das geht so ein bisschen nach Gefühl. Und das Gefühl würde mir sagen, wenn ich ein Anime-Lied sehe, dann würde ich sagen, hier, los geht's. Oder wenn ich zumindest, ein Thumbnail was Anime-artiges sehe. Schade. Passiert aber nicht. Schade. Schade, schade. Aber ich denke, wir sind doch mit dem Part so weit durch. Entschuldigung. Ist das? Ist das? Ist das? Ist das gut? Ist das gut? Ich liebe es jetzt schon. Das müssen wir noch spielen. Das müssen wir noch spielen. Oh, ist das gut. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's ab hier. Okay, das ist vielleicht ein bisschen. Die Hits sind vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Schade. Beim Anfang, bei der Strophe hat es noch ganz gut gepasst. Na, hier ist das eigentlich, hier passt es noch so ein bisschen besser. Aber im Refrain, da dieses, am Anfang ist das Schlag, ist ein bisschen too much. Ich dachte, ich kriege mir den Pilz, aber ich hole mir den Pilz halt nicht. Ach, schade. Ach, schade. Es war am Anfang so gut und dann ist der Refrain doch ein bisschen schlechter gewesen. Schade. Schade. So ist die Strophe am Ende jetzt nämlich epischer als der Refrain. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber hey. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber hey. Das ist echt ein bisschen schade. Es war, es war vom Ding her, die Strophe war cool, aber der Refrain ist dann zu schlaff. So, ich denke so, jetzt geht es ab. Die Strophe ist schon das, dann muss der Refrain noch mehr reinknallen und dann knallt der Refrain halt überhaupt nicht rein. Ja, okay. Fallgeist. Ja, nee, lass mal. Husky, es könnte so viele gute geben und man weiß es nicht, man weiß es einfach nicht. 1-1, aber es ist der Sense-Fight, na komm. Das war jetzt ja bisher nicht sonderlich schlimm. Jetzt ist es nicht mehr 1-1. Ich dachte, es ist wirklich 1-1. Jetzt ist es wieder ein bisschen 1-1. Und jetzt kommt das Ziel. Schade. Das ist die Halle. Das passt perfekt. Schließ mir den Part ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Schade.